mehr erheuern fliegendes Auge durch den Fackeln mehr ach ich habe ja wirklich machen und stück Nr da hat er wir sagen wir gehen immer wieder in die Mine aber wir machen mal Prozent kleinen Gang oder entlehrst du dich jetzt mal oder hab eigentlich noch genug Platz ok auf runter dann machen wir mal hier den Weg nach unten mal ein bisschen äh besser dass man die ganze Zeit fällt dass man die ganze Zeit fällt oder was ja also dass man so auch Zwischenstops hat aber dass man auch einigermaßen fällt komm mal runter dann können wir hier schon mal wieder weiter anfangen da war wollen wir hier wieder unseren Gang weiter runter dann fallen wir und fallen wir durch die linke Seite da war schon wieder ein Goldfisch und noch ein Piranha und ein Qualle ein Qualle warte so oh warte äh bevor wir weiter buddeln so jetzt buddeln wir weiter auf die linke Seite weil ich muss bauen so jetzt ich mach die linke Seite ich mach die linke Seite und noch mehr Wasser ja ist aber gut das Wasser können wir behalten für Zwischenstopp den wir ruhig nicht deswegen hab ich sie mitgenommen jetzt ist es abgelaufen das Wasser ich will das so mitnehmen das Wasser einmal wieder könnte mal klick 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 da einmal kommst du auf die Idee oh da kommt hier den Federmord an und ein Silvett aah ich hab den Block mit Abseed nicht aufgebaut da da er wird nur keine Spitzhacke übern Schwerd weiterbau? wirst du zu gucken äh ich will jetzt noch hier noch den Gang erweitern damit sonst keine Viecher oh meine Fresse nein oh Achtung pass auf wenn du damit hier keine Viecher reinkommen weißt du nein da kommt schon wieder den Viech an oh da drü- links ist auch sowas fett so wieder ehrlich? ach die haben ein bisschen mehr Wasser damit kann das sein ja oh oh Luft holen oh oh scheiße jetzt müssen wir mal ein bisschen Wasser rüberschüffeln warte erstmal hier eine Trennwand machen so jetzt müssen wir Wasser rüberschüffeln dass es irgendwie gehen würde scheiße warte ah ich weiß die so so warte was ist denn gerade rechts den Tunnel da so jetzt nicht warte hä was du denn nimmst du ne Eimer ja ich hab ne Eimer aber oh fuck so 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 krrrr so jetzt haben wir schon mal etwas weniger Wasser dabei warte noch ein bisschen weniger so oh hier fließt sowieso wieder ab maaan noch mehr Wasser auch kurz nach unten gehen ja ok ist nicht groß warte bevor du tiefer buddelst umso mehr Wasser nimmst du auch mit müssen wir auch passen ey ich warte nicht die buddel warte 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 sonst nimmst du umso mehr Wasser mit ich will alles Wasser oh oh kuchen nein 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 neiiiin warte warte komm hoch komm hoch spring hoch spring hoch komm ich nicht jetzt ja huh böser Junge warte spring nochmal hoch so what the fuck er soll wieder Wasser rüberschüffeln ja meine Güte zu viel Wasser halte so muss reichen so uck oh veck in hier und rechts eine cave warte wie viel Silberstar da drüben und Emirates holen haben will Unser schönes Wasser neiin Boah Alter ist das im Diamant was ist das das den nächsten glaub ich ist das hier neid ist ein mit lohn also so viel auf ein haufer noch nie gesehen wo ist jemand da oben an der decke siehst du da siehst links kleinen stein da da wo ein paar ja so kleine blaue partikel sind das sind immer so mehr edelsteine der buddelt schon mal weiter, kannst du das wasser wieder mitnehmen silber 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 ich habe keine fackel mehr, hast du noch holz? ja na gut dann drücken wir noch ein paar rüber wie wir rausschmeißen? äh du kannst aus dem inventar ziehen, kannst mit restklick, kannst du auch nehmen kann man auch irgendwas rausschmeißen so ja restklick einfach, also restklick nimmst du einzelne blöcke auf und mit restklick nein man kann per irgendwie auch ja mit t geht es auch aber dann haust du gleich den ganzen stack raus ja warte ich gebe dir mal das meiste wieder rüber so ich will nur 42 haben so zuerst mal wieder ein paar fangen so oh Gott wuhuuu alter Typ die spinnen eben jetzt ist aber endgültig unser wasser weg sag ich mal ja hier unten ist hier ein bisschen wasser ja wir müssen aber hier vorbereiten ne entweder wir gehen hier weiter runter ja wir gehen einfach da gleich runter oder oh das gold ja erkunden wir erstmal ein bisschen die cave hier bevor wir weiter buddeln ja und wenn wir verrechte kommen wir nicht wieder runter sag ich mal ne ich deswegen nicht so mach einfach spinnnetze hin mach einfach ein spinnnetze hin nein es geht auch nicht sorge dafür da unten wir platschen und wasser da unten ja aber es geht mit spinnweben auch ne ja wir haben ja keine lüste aber so lange brauche ich mir das gold ab ja das ist noch schön viel eisen ne wo du dich grad rein buddelst ich buddel mich daran vorbei ich buddel uns unseren safety weg hier in die freiheit in die freiheit wuuh warte so fertig alter wie geht es denn tief runter oh waaah ok i'm getting die lass mich in ruhe 28 live wuuh das ist nicht zu sehen alter ist hier viel man ähm alter wie viel kopf hast du da drüben so hier ist gar nichts da drüben ist ein bisschen eisend 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 nimm ich mal mit ne jo kannst du auch immer eisen 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 sooo ich baue das hier gleich weiter ab da 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 크� maybe undtones was was ich denke Was, was du denkst, was du denkst, was du denkst, was du denkst, was ist das denn das Leuchten da unten? Ja. Was hab ich von... Oh nein. Ja, boll du erst was da oben abhören. Wieder gucken. Niemals. Ne, Deckel drauf. Ja, wie wundest du dich denn hoch? Brauchst du Hilfe? Ja, ich bin doch noch nicht der King hier, meine. Ja, warte, ich brauch mal schon mal unseren Weg weiter. Oh. Oh. Ja, ja, ja. Da, 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 da. Ja. Daniel. Ja, Moment. Das ist grad wichtig. Ach, wichtig. Komm mir nicht hin, ey. Ach, du buddest schon weiter. Ja, ich wollte mich hier unten. Und was ist mit dem, was ist mit dem da hinten? Ja, da hab ich jetzt grad nicht so groß weiter geguckt. Da ist eigentlich nix. Achso, was, was unter uns so ist, oder was? Ach ja, das Leuchten, das ist, äh, das können wir später holen, wenn wir nachher eine Goldenspitze haben. Ach, ich mein, was anderes, was Leuchtendes. Guck, guck mal jetzt nach ganz unten. Guck mal ganz unten an die Goldenspitze. Ja, ja, was unten leuchtet. Ist schon ne Hölle, oder wat? Ne, ne, das ist noch nicht Hölle. Hölle ist rot. Ist nicht lila. Ach, keine Ahnung, denkst du ja vom Farbenplan? Ich bin farbenblind. Nein, wer jetzt? Kupfer. Ja, du auch hier, ganz besser. Was ich mache. Da kann ich ja schon mal weiter burteln. Da musst du, kommst du, ne, kommst du mal hin. Da musst du eben halt eine kleine Brücke bauen. Nein. Warte. Oh, hier. Kriegst du da Daniels, so. Ich hole ne Bohrmaschine. Alter. Das ging schnell. Warte mal eben. Warte mal eben. Ähm, aua. Oh. Warte mal kurz für mich weiter. Ich springe den Mix noch mal ganz kurz hier hoch. Äh, hier oben ganz hoch. So, springe hier hoch. Na ja, gut. Bauen du mal ganz kurz weiter. Gleich wieder da. Ciao. Oh, ich komme nicht hoch. Da, da. Hm, 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 hm. Wo bohrst du denn hier? Weiter runter jetzt hier. Ah ja. Guck, siehst du das hier doch unten links? Wie geil das aussieht. Ja. Sieht nicht schlecht aus. Aber ich glaube, das wird auch mal gefährlicher für uns. Nö, nö. Oh, guck mal, hier unten diese Pilzbäume. Ich sehe nicht, sie bräuchte mal hier mal Licht. Aua, aua. Ich sehe nix. Ich sehe auch nix. Ich sehe nix. Ich hau einfach nur. Ich sehe nix. Aua, das war irgendwas. Das war's tot. Ich hab keine Wackeln. Na, da. Ich sehe nix. Vielen Dank.